Kannst du mal ganz kurz was filmen, man? Guck mal ganz kurz. Es geht wirklich ganz schnell. Es ist wirklich so ein sicker Spot. Warte, ganz kurz. Hier drüber. Oh nein, hier fucking kuckelt, Alter. Aber es ist nicht der Spot, ich meine, lass mal ganz kurz, ganz kurz was filmen. Ganz kurz, ganz, komm. Es geht wirklich ganz schnell, Digga, komm. Das seh ich, Alter, das seh ich. First try. Lieber auf der anderen Seite. Lieber auf der anderen Seite. Keine Ass-Footie, Alter. Keine Ass-Footie. Digga, nächster ist es. Nächster ist es. Schwör. Schwör bei Allah, nächster ist es. Digga, es sind die Autos. Es sind die scheiß Autos für überall. Nächster ist es. Wären die Leute jetzt nicht gekommen, ich hätt's gehabt. Nächster. Zeig mal, war der? Ich glaub, der war. Es ist ein Make, es ist ein Make, aber wahr. Ich kenn noch einen anderen Spot. Normalerweise mach ich das first try. Oh, geil. Alter. What the fuck is going on? Ich muss alles grinden, Alter. Ich spring einmal rein, ich spring einmal rein. Digga. Ich kenn noch einen anderen Spot. Oh, das ist ein Make. Der Spot, den ich meine, ist gleich nach vorne. Das grinden so gut. Alles grinden. Du kennst ja wahrscheinlich gar nicht aus in dieser ganzen Skate-Szene, aber ich sag mal, wir sind so tolerant. Es ist eigentlich, es ist so ein geiler Lifestyle. Wir sind so fucking tolerant. Es gibt einfach... Wie konnte das denn passieren? Fucking Wall Grab, Alter. Was bin ich denn? Verfickter Longboarder oder was? Schmeit das raus, Alter. Wie gut das hier alles grindet. Halt doch deine Eier auf. Digga, guck dir's an, du ist grindet. Ein bisschen Wachs fehlt noch, ein bisschen Wachs. Es grindet alles so gut. Das ist nicht der Spot, den ich meine. Der ist gleich um die Ecke. Es geht ganz schnell. Biker. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als Biker. Scooterfahrer. Kennst du Scooterfahrer? Wie ist die, was ich bin? Scooter, die so auf dem Roller fahren und so. Ja, ekelhaft. Wie Fahrradfahrer. Ja. Nichts, was schlimmer ist als Scooter. Inline-Skater vielleicht. Aber sonst, es gibt fast nichts, was schlimmer ist. Och, warte mal, geil. Digga. Es ist so geil. Wenn ich damit fertig bin, ist das Marmor, Alter. Der Spot ist da hinten. Der ist gleich um die Ecke. Es geht ganz schnell. So ein scheiß Browser. Scheiß Thrasher-Shirt. Kann sicher nicht mal einen scheiß Kickflip. Mach ich später. Digga. Alles eindranken, Alter. Alles eindranken. Wenn ich damit fertig bin, Alter. Es ist wie Marmor. Es ist wie Marmor dann. Digga. Sag mir, dass du den drauf hast. Hab ich den. Oh Gott. What the fuck is going on, Alter? You lost try. What? What? Ich hab fucking Maul-Grap gemacht. Oh, Digga. First try. Was los? Was los? Wuhu. Shit. Shit. Die Rentner gucken, wie gut sauer. Wir sind jetzt olympisch. Hallo? Digga. Es war ein Make. Aber es war der Style. Es war der Style einfach nicht, Mann. Hast du meinen hinteren Fuß gesehen? Das ist nicht. Das ist kein Style. Ich muss es noch. Mann. Das ist ein Make. Ich hab keinen Bock mehr auf die Chance, Alter. Ich nehm den da vor. Wir sind fast da hinten, Alter. Da hinten ist er. Es ist super geil. Da hat wirklich die Stadt mal richtig zusammengelegt. Und da hat für die Skater so einen richtig geilen Skate-Space geschaffen. Ist das nicht geil? Das ist ein offizieller Skate-Platz von Weimar. Ich bin der King of the World. Wahoo. Die Obstickels, Alter. Hier. Rock to face. Geil. Ist einfach perfekt, wenn man sich mal aufwärmen will. So ein kleines Knochen. Der war nicht eingewachst genug. Das ist es. Das fehlt halt. Also da hat, die Stadt hat hier so viel rein investiert. Da kann man mal am Wachs sparen. Das ist okay. Ich mach das ja. Wenn ich fertig bin. Ist wie Marmor. Fuck. Oh, das grindet so geil. Oh, geil. Danke, Weimar. Danke. Ich habe noch einen Spot. Der ist hier gleich um die Ecke. Hey, Alter. Ich habe ein kleiner Ohr. In meinem neuen Board ein kleiner Chip drin, Alter. Es gibt... Oh, hier ist Erde. Mein neues Boot. Ich habe Erde. An diesem Nutzgegenstand. Mittelstahl grindet am besten von allen Metallen. Es ist so geil. Wenn ich damit fertig bin, bin wie. Also es ist Marmor. Marmor ist. Es ist so geil. Das fahre ich später ein. Oh, das geht hier alles so gut, Mann. Oh, Dicker. Dicker. Ey, bevor wir zu dem anderen Spot gehen. Ganz kurz hier. Ganz kurz. Mach mir die Pläne hier von schön unten, Alter. Du musst doch noch weiter rücken. Ah, du hast... Du hast kein Fischei auf der Kamera. Oh, warum hast du denn kein Fischei? Das sieht doch dann nicht hoch genug aus. Zwei Meter muss aussehen. Mach das aussieht wie zwei Meter. Ach, du Scheiße. Ah, fuck. Oh, ich hatte es fast, Mann. Ich wirklich. Nächster ist es. Scooter Kids. Ja. Oh, nee. Jetzt machst du einen Ass-Shot. Das war jetzt nur ein Ass-Shot. Oh, nee. Komm, wir gehen zu dem anderen Spot. Alter, da vorne. Da ist er. Den Spot meinte ich. Der ist so geil, Alter. Ich hab so Bock. Alter, what the fuck ist das denn? Ich weiß nicht, ob man da... Oh, fuck, Alter. Nein. Oh, warum? Man wird in den Garagen weggejagt, Alter. Man kriegt wie bei Skate-Stopper hin. Video überwacht. Nazi-Stasi, Alter. Wir werden gejagt, Mann. Ich fühle mich wie im dritten Reich, Alter. Guck dir das mal an hier. Fuck, Alter. Ah, fuck. Ich geh jetzt heim, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr geben. Ich hau jetzt ab. Ich gucke mir jetzt zehn Videos an und dann hab ich vielleicht wieder Bock. Ciao, Leute. Ciao.